1 Hallo und herzlich willkommen zu TTTTTTTTTT mit den Exe Hallo Zoller Bot Zoller Bot Zoller Bot Joyo Kamishamuyo Hallo Hallo Mit dem Medix Gamer 1XSG Ja Mensch Medix reicht Mit 902 Kamer Ich sterbe es Joyo Wattes Joyo NOL Joyo 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 Oh Gott nein Sonst sieht da unten eher nach Smokes aus Ach da hinten brennts Der zerstört mir das fast nicht hier unten Welches? Wer ist hier oben? Ich bin hier oben Beeper? Ah du Ok Zoller was fast da hinten Also AFKs werden ganz zum Schluss gekillt Ja nur nochmal Ja Ist irgendwie AFK oder was? Naja ich glaube Cyber Bot war das gerade Stimmt das noch nicht Hallo gesagt Wer ist da hinten? Snay Ich mach die Kiste kaputt Nein Witz ist Snay fällt runter Du ich nicht Du fällst runter Wer ist da unten? Ich seh den Namen nicht Wow ich wollt nicht schießen Ich wollt so Rife wegschauen Wollts auf mich schießen Nächster Eindruck Ich hab es der Snay der hat ne Shotgun Der ist böse Feine Shotguner Ok Reeper ne die gell Und zielt Läuft zeitlich Das ist schon Shopping Queen Weiß Und er zielt auf Snayles Kopf Ja und er zielt Ah nein er zielt Er will Snay Prop gehen Das will er Jetzt gleich zu den Superdisco Oh da kommt die Superdisco von ihm Halleluja dumm Halleluja dumm Da Wagen flieg Wird er es schaffen? Er schafft es Ui er schafft es Wetter jetzt runterfallen Wird er runterfallen? Na man ihn runterfallen helfen? Und er will helfen Wir sehen es in der nächsten Ahhhhhhhhhh Schnell ist es Und er ist tot Nein der X ist auch tot Reeper lebst der X noch? Wieso machst du sowas? Ich hab einen runterfallen sehen Das nur die Frage Warum machst du das? Was? 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 Warum machst du sowas? Was soll das? Warum tötest du einfach unschuldiger? Äh... Was? War ganz woanders? Ja... Du kannst ja... Warum soll ich denn als Inno noch ein Inno gehen? Das würde doch gar keinen Sinn ergeben Ja, aber... Du machst das einfach Das ist einfach Das ist einfach Das ist einfach Mit welcher Begründung denn? Aua! Hinter mir ist einer Das tut doch weh! Was? War ein Platzpatron Hör mal aufpassen Du kannst doch einfach auf mich schießen War ein Platzpatron War ein Platzpatron Das ist einer So stopp Oh nein Er ist tot So, Maddix, was machst du? Machen wir uns jetzt töten Ui! Was ich mache? Ich warte darauf, dass du aufhörst, um auf die Eier zu gehen Was sagt mein Radar? Wo bist du denn? Aaaaah! 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 Maddix, das war mies Das war mies Oh, machst du sowas? Maddix, das ist mies Ui! Aaaaah! 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 Da hat Jojo mich weggesneiden Er hat sich mal 5 Sekunden oder so rumgestanden Und wer hat meinen Motor zerstört? Aaaaah! Jojo wahrscheinlich Aaaaah! Jojo du Sack! Was passiert? Ja, die erste Woche war ja zurückgelaufen, ne? Ich hab's fast geschafft auf diesen blöden Dach zu kommen Und dann werde ich abgekleidet Wie lange rumstehen, das hat mir eh nix gebraucht gemacht Er hat eigentlich Cyber-Bot gekillt Das fand ich irgendwie nicht so geil Der Der war AFK Automatisch Ja Achso, er wird dann automatisch gekillt Okay Ja Und der hat mir so, ey, ich wollte noch einen Kill machen, ihr Arschlöcher Du Arschgeigelst, ihr, du 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 Arschgeigelst Hehehe Was für ein Haus Herr Rippa, ich hab mal ne Frage an Sie Warum haben Sie im früheren Leben sich entziehen, Tee zu werden? Im früheren Leben? Keine Ahnung Er wollte unbedingt... Er wollte unbedingt... Das war aber eigentlich... Ach, Leute, der rennt ganz leicht hinter mir her Hehehe Hehehe Seht ihr denn wenigstens noch? Hehehe Jaja Da oben ist der Snail, okay Das ist endlich Wacht, wo siehst du mich? Ich wurde da gerade eine Bananenbombe geworfen Er ist da hinten Und da ist nichts nicht da Yo, Shopping Queen Madics, was ab? Watt Wieso soll ich denn shoppen? Vor, zurück, links, rechts Ja, ich kann... Hä? Er tanzt den Snail 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 Ich geh jetzt zum Radio Wie überlebst du noch? Ich leb hier oben noch Du hast Snail gerufen, deswegen hätt ich meinen auf Snail geschlossen Du hast... Du wolltest... Snail war doch gerade bei auch bei mir Tape, es gibt es zu Langweilig Also ich... Ich hab immer noch Medikamente auf Weil... Er ist jetzt... Er ist jetzt... Er ist jetzt... Du... Du 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 Und das war fünf Jahre, dann verdächtigen ist kein Problem Sehen wir mal Einladung Wo ist denn hier der Rest? Hallo? Die verstecken sich alle. Die verstecken sich alle. Ich hab also das Gefühl des Rebellers. Ich will das nicht erklären, warum bringst du mich einfach um? Du bist automatisch in Spectator geworfen. Nein, 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 er hat mich als Tee, als Tee-Kollege, umgebracht. Das war Tarnung. Nee, 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 das war nicht cool. Und ne Silence. Ich kaufe die ganzen Sniper und Willi-Grad-Exo-Ring-Hebrick, bin ich Sniper? Ja, ich weiß. Wir sind in der Aufnahme, Sire-Bord. Du verwirrst die Zuschauer. Vielleicht schon ne Aufnahme. Ja, klasse, in der Aufnahme. Reaper geht die Treppe runter bei den Doppeltürmen. Hm, was, noch was? Das ist Traitor. So, fertig mit der Party. Jetzt gehen wir Sire-Bord als Tee-Kollege töten. Ja! Gut, dann nehm ich halt nicht mehr auf, auch gut. Also Reaper ist jetzt auf jeden Fall, ja? Und auf was schießt Joyo da und warum läuft Schneider so? Der ist unter den Jor... Er schießt auf mich. Was hat Reaper gemacht, dass das jetzt ist? Er hat nen Dead Ringer und ne Silence... Achso, okay. Ah, äh, hier ist Sniper. Das ist natürlich ein Beweis. Was denn? Als Obst! Ohohoho! Ohohoho! Ohohohoh! Ich okay. Alter! Oh, hier ist ne Leiche. die weiche die mir gerade die rettung verschafft wo bist du denn ich will dich ja wenn ich seinen namen nicht sehe dann kann ich doch nicht durchschießen gehe ich davon aus den namen hat man doch gesehen also ich habe ihn nicht gesehen schießt doch rein wer hätte ihn getroffen da war doch nichts im weg dass er seinen schuss abgefangen hätte wir spielen gmod da gibt es wenn ich nicht getroffen hätte wüsste er wo ich stehe und dafür auch nicht so viel sinnvoller ja das problem hatte ich gerade und rumzustehen so lange heilt er sich voll und dann ja richtig ja voll heilen ging nicht ich hatte keine credits ja weil ich weil ich jojo getötet habe genau die situation ja natürlich nicht folgen aber nein das ist diesen scheiß sein scharfen ein received Ich glaube wisst ihr wer es ist? Wer denn? Alex, komm mal hier rein PENG Alex, komm mal hier rein Oh, da wurde auf mich geschossen Ich hab 10 Meter nicht in die Luft geschossen Wo keine Map ist Ich hab gegen die Map-Wand geschossen Warte Stell dich mal hinter diesen Pfeiler hier Ok Wolf, weißt du, wo bist du jetzt? Ich bin hier unten In der Mitte Ich weiß, dass du da raus untergehen kannst Ich bin unten in der Mitte Ach doch, dann lesen wir was da steht Ja, richtig Aber Enno Passiert nicht viel Ding da oben Aus irgendein Grund vertraust Mal Medics Ah, Reaper Ah, versucht er wieder zu fliegen Reaper hat ne... Geh doch weg von mir Der fliegt irgendwann beworfen War ne super Sko Der schießt auf mich, der Snipe Der hat Dead Ringer Oder sowas Nee, der ist nur da Ja Ja ok, ich hab... Irgendwo da war er doch Ich wusste es doch Also ich hab den Traitor getötet Ne, nur so Und der andere hat mit mir drauf geschossen Hier, wie heißt er? Snipe Oh, auf mich wird gesniped Von den Dächern unten aus Muss das gewesen sein Mit den Däschern, wer ist denn laut? Oder jetzt grad kein Das SG1 Sonderkommando kommt SG1 Wir schnappen euch Soll ich Sonderkommando, oder? Das könnte jetzt von den Türmen geschossen worden sein Man munkelt noch Man munkelt noch Man munkelt, dass es von da kommt Da liegt ne Leichtung Ja, hab ich gesehen Ähm, von rechts aus von mir? Hast du mich gesehen? Entweder ist das Cyberbot, oder nur Jojo Einen von den beiden Sees töten Also egal wer Oh Ähm, Jojo What? Nicht rechte Mustards Also Jojo hat auf jeden Fall auf mich gesniped Und ich bin durch so ne komischen Methone gelaufen Oh, man lebst noch? Ja, noch lebe ich Ähm, der ist irgendwo hier bei mir Irgendwo hier bei mir Irgendwo so scherzen Siehst du ihn? Oh, Jojo Oh, was schießt du denn? Was schweinst du denn? Okay Ojojo, woher steckst du denn? Nice, Jojo nice Ja, du bist gestorben Wie kannst du denn? Boah Ich bin so ein gewisser Saftpunkt Ich bin so ein gewisser Saftpunkt Hehehe Oh, Jojo Ja, sehr schön Jojo Du musstest du nur noch anhusten Dann wär ja so schon umgefallen Ja, ich hatte 16 AP Alter Ich bin einfach gleich beim Anfang Ich glaube den Leiter runter und verreckt Hey, dann schlick ich Tore mit der Rifle Jojo LOL, du hast überlebt Hehehe, ich habe überlebt Hahahaha Easy Ich will die Leiter runter, ne? Also immer mehr Wenn Juvio Traitor ist, dann setzt er sich da an die Position hin und snipe hat Nicht nur wenn ich Traitor bin Wo denn? Die letzten beiden Male warst du Traitern, dann hast du aus der Position alle erschossen Wo denn? Ja, tut mir leid So Cyborg, wieder dieselbe Taktik? Nein, hau ab Hab ich nicht gesehen, ne? Wo du runter gehen kannst Aha Ja, ok, stimmt Ja, wir sind auf Dächer Hier kann man nirgendswo runter gehen Ich mein die Dächer, wo du die Etage runter gehen kannst Sie ausgetrickst Boah Cyborg, wenn ich dich töte und danke Alter, wer hat denn hier wieder meine Sniper geklaut? Confirmed Endo Und dann Und dann Kuntfirmt Kannst mit dir durchgehen, Medix Nie vorbei wird's, danke Meine Jüde, ey Achja Boah Boah Reva ist wieder bei, wenn es fliegt down im linken Door Klar Medix ist tot, er ist runter gefallen Nein, er ist rückwärts gelaufen und runter gefallen Achja Genie Hey, besser als ich vorhin, ich fällts an der Leitduch, wir haben eine Luftkarte betrachtet und freck da dran Das liegt auch an dir zu machen Ne, ich bin hinter dir, ich kann dir einen Headshot geben Juhu, bin wir an der Stelle? Nein, kannst du nicht Doch, kann ich Kannst du nicht Doch, kann ich Kannst du nicht Kann ich Bist du wieder da, Juhu Wer hat Wer hat Wer hat Ich, auf mich wurde grad Ne, weiß indirekt, bin ich fast Du hast da selber drauf geschossen Nein, ich hab noch 2 HP und das mit an ihm und an der Silence Du hast noch 2 HP Oh mein Gott Du hast da selber drauf geschossen Irgendeiner hat einen Silence Sniper Ah Pifa Wenn du Wenn du Ich hab nur ne Pistel Wenn du jetzt T bist, ne Sind alle so leise Ich lebe hier auch nicht mehr viele Der ist bei dir irgendwo Ja, so geht's auch Ich hab auf den richtigen Moment gewartet Ich war die ganze Zeit unsichtbar hinter Juhu Oh, fuck it Aber ich hab nicht einmal das Geräusch gehört Was für ein Geräusch Der war doch unsichtbar oder nicht Ich war auch nicht lang unsichtbar Ja, das kannst du aber quasi faken, ne Du musst nur weit genug weg gehen Wenn du desto weiter du von anderen Spielern entfernt bist, desto weniger hörst du es halt Das ist genau wie beim Deadring Ja, aber so wie ich mitbekommen hab, stand der Firmisch schon hinter mir Ja, ich stand nicht lange dort Ich bin grad, hab mich grad das unsichtbar gemacht Ich bin im Haus und bin dann, äh, war im Haus und bin dann da hingegangen Hab ich dann gesehen Kann sein, dass die 3 Sekunden grad um waren, als ich grad hinter dir hergelaufen bin Aber da hab ich in dem Moment jetzt nicht aufgeachtet, weil ich mich drauf konzentriert hab, auf deinen Kopf zu Aber Reaper, du hast auf das Fass geschossen, ne? Ähm, Adix Ja Du bist ein kleiner Was denn? Das Problem ist halt einfach, wenn du das Ding anpasst, man merkt halt meistens nicht, wenn die 3 Sekunden oben sind Man könnte sich halt erstmal auf was anderes Du kommst davor Ach man, explodieren Nein Oh man, ich hast ja gut Aha Ich bin nicht tot Weil, ich hatte nicht Das Problem ist, hätte ich einfach verfehlt mit der Lige eben, dann hätten die Rühe das aufgefallen und dann hätte auf mich fallen Aber der Mensch nicht sicht, da ruhig ist auch wenn du tot bist, deswegen Aber meine Frage, das Geräusch müsste ich jetzt nicht machen, wenn jemand sieht, dass er vor mir ist, oder? Also wenn die 3 Sekunden oben wären Doch, er muss immer alle 30 Sekunden das Geräusch machen Okay Wegen was denn? Was denn für ein Geräusch? Falls ich jetzt grad schieße oder so Wenn du den, äh, Cloaking Device hast, dann ist es permanente Damit kannst du dich komplett unsichtbar machen, du bist fast kaum noch zu erkennen Nee Ich bin tot Und da musst du alle 30 Sekunden in dieses Teil schalten und linke Maus drücken Ich hab nur Seides von Snail aufgehoben, Snail ist tot Sauerbar ist es Wow, Friendship Auf den Tower? Ich bin grad dran Ja, auf den Tower von Land Ich bin grad drin Wer war in Tower denn? Ja, der Friendship geht genau da runter Ja, da bin ich grad drin, ich lebe noch Dann überbewegt dich das Ja, ich steh hier Siehst du mich? Siehst du mich? Mein Fenster Ja, ja, ich hab dich grad gesehen gegen die Friendship Also die Falle, die Endfalle liegt immer noch hinten, ne? Nur so Aber Snail, ich sitz hinter Snail, er packt die Seile raus Ich geh mit dem Headshot mit der Diegel Leute, ich werd verschossen vom Ton Ja, von mir Ja, von mir Ja, warum denn? Weil du der Einzeste bist, der jetzt noch in irgendeiner Weise den Friendship abweist Meine Güte, ey Ich hab's, ich sag's immer noch, es ist Jojo Wer nach der Bärenfalle liegt, ist es 100% nicht Jojo Da lag eben auch ne Melenmein an derselben Stelle und da war Jojo Mann, 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 ey Wer würde sonst an die Bärenfalle liegen? Weißt du, da vorne sitzt doch Jojo Weißt du, ich seh nur noch den Kopf da raus, guck ich Ich hab die Bärenfalle im letzten Moment nicht gesehen Ja, ich hab eigentlich halbe Wort den Shot gegeben, aber ist okay, mal wieder Denk dran, wenn er zwischen Fensterrahmen und Türrahmen stehen, dass das verbuggt ist Man kriegt keinen Schaden Das war überhaupt kein Render, hat vorhin mir die Silence ausgepackt Das war Renden Der packt vorhin die Silence aus, das ist Renden Ja, ist klar, du, ne? Das ist Random Das ist Random Weniger diskutieren und mehr spielen, Leute Aber ich kleb den Team hoch, er schnallt's gar nicht Nö, Fässer Geh mal weg hier Soll ich jetzt schießen, soll ich jetzt nicht schießen, soll ich jetzt nicht schießen Soll ich jetzt schießen, soll ich jetzt nicht schießen Oh, ich bin zum blöd, Fässer anzuschieben Oh Gott Oh Gott Das war's Neues, Preplot So, Fässer in Scherf Guck gemacht Applaus Kein schmeckt Haben sie Feinde gemacht Ja, Exe, ich bin hier, um dich zu stalken Exe, ich bin hier, um dich zu stalken Jojo Okay, du darfst, glaub ich, eigentlich gehen Ja, gleich gibt's einen Rifle-Edger Hey, du änderst dich mal an die Bären Ja Ja Ja, gleich gibt's zu mir einen Ich, ich, ich schwör' dir einen Ich, ich schwör' dir einen Ich, ich schwör' dir einen Schütze von mir, Medix Wo? Ach, er will wissen Wer du bist? Da ist ein Dating-Simulator Da ist ein Dating-Simulator Da ist ein Dating-Simulator Da ist ein Medix, hast du grad geschoppt? Ja, natürlich Ich lauf hier die ganze Zeit rum Nimm eine Rauch-Granate auf Und dann hast du eine Granate in der Hand gehabt Ja, weil ich mich noch nicht dreimal im Kreis gedreht habe Wo ist Jojo denn? Reba hat auf mich geschossen Stimmt doch gar nicht, meine Deagle ist voll Kannst du sowas von allen erzählen? Ich hände Scherb vor zum Fasten, oder? Nee, lebst du noch? Nee Ja Reba, lebst du noch? Ja Ich lebe auch noch, Hexe Wieso machst du Scheiben kaputt? Oh, Reba! Weil ich die Scheiben kaputt machen Reba! Ja Was denn? Nein, ey! Hör auf auf mich zu schießen Ja, das war ich aber nicht Hör doch mal auf, ey! Ich hab doch gar nichts gemacht Ich hab die ganze Zeit einen Diegel in der Hand Ey, ich hab da nur hingeguckt Ich hab gar nichts gemacht Hör auf Ja, du, ich such ihn Ich such ihn doch gerade, Mann Sei doch mal Ja Bleib mal geschmeidig, Echse Komm doch erst mal hier hoch Hier liegt ne Sniper Echse, komm doch erst mal hier hoch Hier oben liegt ne Sniper Da kannst du's besser machen Ich hab ne Sniper Ja mein Gott Dann kommen wir hier unten Munition Okay, Jojo ist schon mal nicht an seiner Übstellung Liegt auch keine Bärenfalle Ja, das hab ich auch schon überprüft, als erstes Ich sie hier oben, gucke, wo Jojo auf seiner echten Stelle sitzt Oh, Mann, Reaper Wo bist denn du eigentlich? Ich hab nix gemacht! Ähm You bring Cyro about a straight, ha? Au Nun Du Guck nicht durch die Fenster, sondern geh durch die Tür Nö Doch Fuck Halter, Nein Bist du gestorben? Bist du gestorben? Bist du gestorben? Ja, er ist gestorben Ich muss aber noch was sagen, ich bin gestoppt, weil ich gehe von außen durchs Fenster erschossen, aber die Explosion hat mich gut erwünscht. Der hat schon noch zwei drin, du Genie. Ey, Jojo, Jojo ist irgendwo uns live, der hat mich gar nicht jedenfalls sehen, jedenfalls schon mal. Ja, ich habe keine Ahnung wo er ist und ich habe nicht mehr so viel live. Viel Spaß. Toll, mein Kollege ist tot. Verdient. Da sitzt er rum. Mann! Ja, Klappe halten. Habe ich den doch nicht gesehen. So, Salbert, ich zeige dir ganz genau, wo ich dich abgeschossen habe. Na, da habe ich hingeguckt. Oh, siehst du? Der hat dich nur nicht gesehen. Ich habe dich nicht gesehen, das was wir ziehen. Herr Ratsch, ich hab die Position noch mehr in letzter Zeit. Ich sehe kleine Köpfe durchgegangen. Äh, ne, wenn wir sagen, er ist da gesessen, will ich nicht wissen, wo er war, ne? Du hast doch ein Tor, man kann daraus schließen. Ja, vom Turm siehst du alles. Die Stadt ist echt mies. Also langsam kannst du jetzt echt mal umkippen. Also noch mehr Schüsse kann ich jetzt auch nicht in dich reinhauen. Ich weiß zumindest jetzt, wo du bist. Geht. Geht. Nein! Mann, ich hab grad einen Defi gekauft. Ich wusste, dass du einen Defi kaufst. Aber du... 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 Du hast ja einen Super, auch wenn du einen Defi gekauft hast. Wenn du da geduckt hingelaufen wärst, wärst du tot gewesen. Ich bin da auch gehockt. Also mich abgeknallt. Das, ich sagte, ist einfach, ich sehe die Slams im Untergeschoss. Aber ich sag die ganze Zeit, komm mal in den Turm hoch und so. Guck jetzt in den Untergeschoss und da zwei Slams dücken. Ja, weil du nicht stehen bleiben konntest. Letzte Runde... Ich wollte ich aus dem Fenster raus. Ich hätte beim Fenster rausgucken, weil ich einfach einen Headshot geben ist, ne? Ja. Und du musst die ganze Zeit so noch rumhüpfen, wie so ein Bouncy Ball, Mann. Hüpfen immer so rum, wie so ein Geist. Ja, die Idee hatte ich übrigens auch. Bouncy Balls kaum. Auf der Map hier sind die, glaub ich, in der Entdeckung. Ja, ziemlich, glaub ich, sogar. Sogar sehr. Letzte Runde schon... Dann guckt er, wie du dich drinste. Die Leute, die tot sind, eventuell auch dann ruhig sind, wenn sie tot sind? Ja, bitte schon. Weil das ist ganz schön nervig, wenn dann auf einmal trotzdem noch alle leer werden. Aufpassen, dass ein Fass bei wem auch immer... Bei dem, der da unten steht. Jetzt nicht mehr. Aber warum Fass grad entschärft? Um am Turm will einer snipen. Das ist Maddox. Der redet grad im Turm will einer snipen. Das ist Maddox. Und ich würde mal davon ausgehen, dass das Reaper ist. Da hinten läuft... Na klar, auf hier durch. Snails sind an der Stelle, wo Jojo sind. Okay. Der hat sich jetzt eine neue Stelle gesucht. Der ist im Turm. 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 Da ist einer gestorben Entweder ist das nicht Weil das Cyrobot war Ich glaub Reaper ist tot Wer von euch hat den Traitor da hinten? Ich hab den Traitor getötet Du hast jetzt Snail getötet Ja wenn das der Traitor war dann ja Dann nehmen wir ihn nicht confirm that sondern werden noch als Leben angezeigt Cyrobot ist tot und Snail ist tot Ok du bist proven heißt Jojo oder Reaper aus meiner Sicht Also klar Reaper Jojo, Reaper oder ich? Und einer ist gestorben Das heißt der andere von beiden ist Was? Der eine ist gestorben Das heißt der andere von beiden ist Es ist einer von euch ist gestorben Ich bin grad runtergefallen, ich kann die Leichen nicht confirm Kann sein dass du nicht eigentlich der Traitor bist Du hast doch Reaper umgebracht oder nicht? Ich bin hier komplett an einer anderen Stelle Sorry Du hast doch Reaper umgebracht oder nicht? Bist du Madics, lebst du noch? Wow Oh 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 oh! Oh fuck it Gleich kommt der Headshot, huff, hier ein Springer. Ich betrachte gerade, wie die Headcribs weitspringen mit rein. Medic-Slape nicht mehr, okay. Nice! Headshot oder nicht? Das ist ja dann raus. Ich wollte gerade noch schreiben, go yo yo, go yo yo. Oh, und was ist, ey? Ja, ab, Modi! Das war's. Das war's. Ciao!